So Leute, wer trifft das Fass, äh diesen Benzinkanister in der Luft? Ich, ich, ich. Warte Mordado, bist du das da unten? Ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Ah warte guck mal Mordado. Feuer! Feuer! Ah! Leute werden hier getötet. Der Feuer ist voll erschossen vom Strand, vom Strand, vom Stadtstrand. Jetzt fühle ich mich verdächtig, ich bin nämlich da unten, aber ich hab nichts gemacht. Sniper, Sniper war es. Vor sieben Sekunden ging ich wieder um, ob du irgendwen siehst. Mordado, Mordado ich bin hier in dem Haus. Hier. Aber ich hab nichts gemacht. Ja hier wurde, von hier kam glaub ich der Schuss. Da sind zwei, warte, du bist Mordado? Du kannst, du kannst dieses Untersuchungsding nehmen, Debitor. Ich bin hier. Du kannst das Untersuchungsding proben, woher der... Aber ich hab das Haus schon die ganze Zeit verbarrikadiert mit Kisten. Ursacht ist hier oben gestorben. Guck mal, German Let's Play ist da oben, der sagt gar nichts. Guck mal, der beobachtet uns. Hä? Ich bin irgendwo hier gestorben. Ich beobachte euch alle. Aus dem Haus hier, du redest nicht mit uns, komm mal. Kannst du diesen Visualizer kaufen? Soll ich dich töten? Los, der hat einen Sniper, der hat einen Sniper. Der hat einen Sniper. Ja, wie in den letzten Nachtrund, bist du behindert? Gib mir mal deine Waffe, dann können wir ja tauschen. Das ist ein Zombie. Ja genau, dann gibt's dich sofort. Nein, ich kann meine Waffe als erstes werfen. Nein, das könnten... Ja, willst du oder nicht? Bestimmt Delay. Nee, ich war auf dem Leuchtturm die ganze Zeit. Alter, springen die aus dem Feld. Achso. Das hätte auch sein können. Wer soll denn springen? Ich bin die ganze Zeit schon hier oben. Ich bin die ganze Zeit schon hier oben. Kommst du von ihm? Ja, aber Delay hat einen Sniper gehabt. Ich hab meine Galle. Aber Manu hat die ganze Zeit nichts gesagt. Ich war total... Ich hab Delay und Mann. Ich hab geredet. Als es passiert ist, war ich noch ihm leuchtet. Ja Manuel... Da oben ist einer. Hallo Mordado. Hallo. Ich hab hier irgendwo jemanden sterben hören. Kann der Detektiv? Detektiv? Ja, der Detektiv war hier gerade. Und ist dann aus dem Fenster gesprungen. Also von hier konnte der aber gut schießen, der Manuel. Was? Du hättest von hier gut schießen können. Delay hat uns jetzt da was gesagt. Deswegen ist Delay am Verdächtigsten. Ja genau. Sag ich dem nächsten Mal, jedes Mal... Pass auf, hinter dir, hinter dir. Ach da ist er ja. Hä? Wie bist du denn in den Zielen gekommen? Oh mein Gott. Delay wieso zielst du so auf mich? Delay ist zielst du auch auf mich. Hat der magische Fähigkeiten? Manu und so, wo bist du überhaupt Zombie? Weiß gar nicht wo du bist. Und es war eine Shotgun. Ich war nicht wahr. Okay. Peter wen hast du erschossen? Was sagst du zu deiner Verteidigung? Was sagst du zu deiner Verteidigung? Usav ist ja doch durch die Sniper gestorben. Hallo. Ja eben. Ja eben. Ich dachte das ist Explosionswasser. Keine Ahnung. Ich war in meinem Haus drin. Wurde weggeschnippert. Wurde weggeschnippt. Ja dann Manu oder Delay. Einer der beiden. Ja richtig. Dann ist es Dario. Warum nicht Zombie? Weil ich in dem Haus war mit der Gale. Und Manu steht da in der Gale. Hinten in der Ecke. Ey Zombie schießt mich an. Zombie baller mich an. Du schießt mich an. Du hast mich gerade angeballert als erstes. Ja weil du im Schatten hinter nem Fels stehst in der Ecke. Dann schießt man einfach jemanden an wenn er da imo steht. Genau. Tu mir leid wenn ich hier stehe. Debitos tot. Delay. Delay ist es. Ey ich war es nicht. Guck mit welcher Waffe er getötet wurde. Ich geh nicht noch mal zur Leiche und lass mich headshotten. Alter ich war es aber nicht. Ich steh hier oben die ganze Zeit. Ich hab nichts gemacht. Warum bist du jetzt so still? Du bleibst übrig. Zombie hat Manu angeschossen. Deswegen einer von beiden ist keiner. Bleib nur noch du übrig. Delay hat sich weggeportet. Hä? Oh. Ich hab trotzdem echt noch nichts davon gemacht. Ich war die ganze Runde unschuldig. Ja aber du bliebst übrig. Ich weiß. Aber trotzdem möchte ich mich jetzt darüber aufregen. Und umgekehrt. Deswegen. Trotzdem muss ich mich aufregen. Oh Gott mein Herz. Es rast. Alter ich hab dich gar nicht gesehen. Ich hab mich einfach so random weggeportiert. Ach mann. Kalil. Kalil Hacker. Ja. Bist du irgendwie Detective oder sowas? Ne ne. Gut. Ne ne ne. Ich kann mich nicht heilen. Keine Angst. Gott sei dank. Gott sei dank alter. Mal gegen Hacker spiel ich nicht so gerne. Delay hingeportet. Das würdest du wohl gerne oder? Sehr sehr gerne. Ich hab eh keine Chance. In 1 gegen 1 Duellen. Ich kann immer nur Leute töten wenn ich hinter denen stehe und die mich nicht sehen. Oh Gott. Ich hab bisher jedes faire Duell verloren in diesem Spiel. Ja aber du hast ja auch Trait halt. Da muss man unfair kämpfen. Ja. Alter. Oh Mann. Warum lacht ihr so? Wir sind wahrscheinlich direkt aneinander vorbei gerannt. Okay dann geh ich zurück. Oh jetzt schon wieder. Ich bin wieder zurück. Guck mal wie verunsichert ihr sind. Du bist in Ruhe Alter. Alter. Und ich hab ein Radar und ich bin nicht draußen. Nein siehste. Der war doch hinter dir. Alter Peter ne das war ja so riskant. Du bist hin und her gelaufen. Rechts. Links. Rechts in so nem Rhythmus. Und ich dachte okay. Und genau getroffen. Und wen hab ich davor noch mal geheadshottet? Worüber ihr ewig jetzt geht. Ohzaft. Ohzaft. Maudado. Warte. Ja klar. Ein Wunder dass du mich nicht direkt angegriffen hast. Und ich wurde verdächtigt. Ja irgendwann hab ich dann auch die Schuld auf dich geschoben Dario. Ich kann nicht mitfügt werden. Du musst mal sehen wie zwielichtig du da in der Ecke aus hast Marco. Da muss man einfach auf dich schießen. Wir waren ja auch in dem anderen Haus. Du steht in dem Haus und sagt gar nix. Doch dann hab ich geredet. Ja danach. Ah das hört sich. Ja das hört sich nicht. Ah der arme heul dich. Aua. Okay. Das tut ein bisschen weh. Das tut ein bisschen weh. Das tut ein bisschen weh. Hallo Maudado. Hallo Maudado. Was tust? Warte ich will auf dir sein. Und dann in dir. Hilfe. Okay. Komm ihm auf deinen Cock. Warte. Das musst du mal ausmachen. Ja ne. Jetzt bauen wir ineinander. Oh Gott. Hilfe. Oh. Okay. Oh. Ich wollte es ausmachen und dann höre ich auf einmal den Schrei. Also wurde Zombie gerade angegriffen? Ja. Okay. Ich weiß nicht. Bin Detective. Ich weiß auch nicht. Wo wurde angegriffen? Wie oft wirst du denn Detective? Ja schon das dritte Mal. Keine Ahnung. Das sind die Gene. Das sind die Gene. Wow. Das ist gar nicht verpixelt hier. Ich bin fast umgebracht worden. Ich geh jetzt nach Hause. Was tust du da? Maudado? Ich geh ja nach Hause. Ich geh ja nach Hause. Ich geh ja nach Hause. Pack das weg. Aus. Ja. Gehen wir zurück. Da bist du ja weg. Äh. Nein. Nein. Oh. Warte. Rennen wir mit Stil hinterher. Rennen wir mit Stil hinterher. Ähm. Wir gehen ja nochmal mit E. Ne. Oh. E. Es geht nicht. Oh nein. Wer ist da oben auf dem Dach? Ich. Oh nein. Oh nein. Oh nein. 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 Ich rette dich wirklich. Ah danke. Läu. Erfolge dich. Maudo. Mit Stil. Stecke. Ich auch. Gleich hab ich dich. Maudo hat ne Schroppbrände. Oh Gott. Du hast es geschafft. Schnell. Schnapp dir mal da du. Olli. Er ist drin da. Ach so. Oh. Ich fliege. Oh man den nutzt du doch nie mehr ein. Oh. Oh. Es hat geleckt. Es hat übelst geleckt. Ja. Ich glaub da ist irgendwas explodiert. Also mein Stuhl nehm ich mit. Mein PC. Äh. Schießt ihr? Dario hast du grad geschossen. Ich schießt nicht. Ich schießt auf dem PC. Oh ok. Der hat doch gut. Ich kann den nicht kaputt. Oh warte verstehst du. Nicht schießen. Guck mal. Meine Grafikkarten. Cool. Alter. Oh Gott. Oh Gott. Oh die würde ich mir auch so kaufen. Oh. Wie ist da? Kann man die auch da schießt? Ja ja. Ich schieß mit. Okay ich lauf wieder normal. Ist ein bisschen anstrengend. Wo sind die denn? Nein nein. Hallo. Ich bin hier irgendwo im Haus. Also hier in diesem Restaurant. Ich will hoch. Hallo. Achso ja ich würde auch gerne hoch. Was ist denn da oben? Ich bin da in Reserve Munition. Ach ich seh ein Hotel. Hier war ich noch nie drinne. Krass. Wo denn? Jaaa. Mit Gewalt kann man alles lösen. Guck mal. Hier ist ein Geheimgang Holly. Sehr nice. Guck. Hallo. Oh da piept was. Da piept was. Leute hier piept was. Oh dann ist es Zombie. Hä? Nein. Bleed. Geh weg. Geh weg. Das ist die Bombe. Ich würde sie entschärfen. Obwohl es wäre komisch. Ist das der richtige Weg? Weiß nicht wo es piept. Wo ist das die piepte? Es piept in dem Haus. Es piept in dem Haus. Im Radio weggesprengt fast. Oh Gott. Da hat er dich probiert. Oder? Es wollte die Bombe auf mich schießen. Ja da ist anscheinend eine Bombe explodiert gerade. Ja der piepte. Ja aber in dem Haus man die ganze Zeit. Somay und Usaft. In welchem Haus denn überhaupt? Hallo. Wann soll ich den gelegt haben? In welchem Haus? Wo bist du überhaupt? Somay hättet sich fast aus das liegen. Da. Oh mein Gott. Ich hab nirgendwo ne Bombe hingelegt. Hä? Hier ist Milch. Aha jetzt will er schnell abwarten. Thema wechseln. Hier ist übrigens Milch. Was wirst du denn mit der Milch? Ah. Die ist hier. War die schon die ganze Zeit da? Boah voll die Versammlung. Darf sie schlagen. Oh sorry. Ich wollte die Milch schlagen. Ich wollte die Milch schlagen. Ey. Machst du grad nicht weiter schon? Ich wollte die Milch schlagen. Nile hat mich gehauen und ist auf die Milch geschoben. Nein. Ich wollte die Milch schlagen. Es war nicht die Milch. Ich sag ich. Die Zeit läuft ab. Aber wir zählen einfach eine Mene-Muh. Wir sollten uns nur aufteilen. Weil sonst sprengen die Jungs gleich weg. Und dann denkt man sich so joh. Mach's peng. Au. Baa baa baa. Warte mal. Piepst du das schon wiederfass oder dreh ich dich? Ich geh um. Wer ist denn da? Hä? Wer ist denn da? Weg Manu. Oh. Er ist alle um meinen rum und jetzt noch ein Meter weg. Das ist mein Dach. Dieses Dach ist eindeutig zu klein für uns beide. Nö. Ich bleib hier in der Ecke. Kannst du ja auch runter schubsen. Das wäre ein Traitor-Akt. Okay. Traitor-Akt. Traitor. Er ist Darius-Felter. Er hat mich runter geschubst. Alter. Du kannst ja wohl. Guck mal. Du hast hier. Du hast hier. 70. Warte. Du hast 70 Quadratmeter. Weg. Und ich darf nicht hier stehen. In der Ecke die schon ramponiert ist. Darfst du nicht. Runter mit dir. Okay. Okay. Jetzt kann ich wieder da hochlaufen. Ich klopfe an. Delay. Danke. Okay. Mal da du. Manu ist es. Hä? Darüber. Ich habe Manu getötet. Aber jetzt ist wahrscheinlich nur noch der Traitor da. Geh weg. Zaube. Hä? Zaube ist es glaube ich. Hä? Ich habe auch so ein Gefühl. Ich habe nicht gesehen. Wolle ich die 5 Sekunden noch warten oder? 2 1. Ja. Wolle ich stehe eigentlich immer in irgendwelchen Ecken mit Pistolen. Was machst du? Weiß ich. Ich war da zufällig gerade. Wollte mal ein bisschen inspizieren hier alles. Merk schon. Inspizieren. Wo bist denn du jetzt? Hinter dir. Ah! Alter kannst du nicht verlieren Zombie. Doch. Danke. 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 Oh Saft. Jaja ich mach gerade Melonen. Du verstehst aber schon wie das Spiel funktioniert ne? Ja aber gegen Zombie habe ich sowieso einen direkten Kampf verloren. Lass mal die Melonen auf mich drauf fallen. Wieso kommt da so ein hämisches Lachen? Keine Ahnung. Das bin ich. Oder die Melonen lachen. Du beim Leichen zu mir. Das war Oh Saft. Oh Saft komm mit. Und das normalste in der Welt. Komm mit. Oh die Melonen ist fertig. Nimm die Melonen mit. Oh nein. Das wird ne Selbstmuss. Wir gehen wir einfach zusammen hier. Das ist nur ein Sacker. Was tut er da? Wir gehen jetzt hier nach. Ist das das richtige Haus? Ist das das mit den Zimmern? Ja. Unser Ha.. Wir gehen wieder in unser Zimmer. Wir gehen wieder in unser Zimmer. Du stellst dich da in die Wand. Ich will was testen. Da in die Wand. Meine Shotgun. Ah ja. Das funktioniert nicht. Es ist nämlich da noch so ein Button um das Radio explodieren zu können. Kannst du mir bitte erklären wie lange das dauert von der.. äh.. Verlängerung her. Äh.. 30 Sekunden glaub ich. Pro Tod. Pro Kill. Ja pro getöteten Spieler. Ja. Ah ok. Oder 50 oder so. Weiß ich nicht. Also die Zeit war fast abgelaufen. Hat Manuel alle umgebracht. Es war zum Beispiel fast selbst gesprengt weil er das Radio ausmachen wollte. Nur Dario fast und Maudado von den.. Gut er kann Maudado. Und die Traitor waren jetzt wieder. Oh das ist Mario. Ich mach es aus mit E. Ups. Du hast recht Holly. Was ist da denn los? Aber es war ein gutes Alibi für mich. Hast das Spiel durchschaut. Ich hab ne Komplettlösung durchgeguckt. Oh. 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 Boah. Alter. Was war denn das für ein Angriff Maudado. Hallo. Oder Holly? Was? Ja runter. So Leute jetzt Waffe. Ich würd sagen alle müssen an den Autos sein. Wenn nicht an den Autos ist wird er schossen. Ok. Ich bin da. Jeder kriegt einen eigenen Stein. Ja. Oh mein Gott. Holly wenn du Musik nicht summen kannst. Und was machen wir mit den Steinen? Aber das geht doch. Los. Hau dich mit den Autos kaputt. Hä? Der Detektor. Der will das die Indos überleben. Guck mal. Wow. Delay. Aber ich hab den Stein verloren. Oh ja. Hey. Ich kann auch. Warte. Guck mal. Ich bin dafür dass du für. Au 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 au. Das Auto. Aua. Aua. Da ist das Auto. Delay. Komm mal her. Hey man da ist das Auto. Junge. Alle. Wartet. Ich würd sagen wir machen ein Spiel. Ok. Wer die Heel Station am weitesten weghaut. Hä wir haben die Heel Station? Ok warte. Ja. Lol. Letzt tut weh. Ich weiß nicht ey. Ich bin halt tot. Oh. Hey. Warum soll eh es dann sein? Ja eigentlich ähm. C4 explodiert mehrmals. Und boom buddy noch mal. Ja genau. Weil die anderen ja auch keine Items nutzen können. Bei der Dürung kläg immer C4. Du hast immer den boom buddy. Das ist Fakt. Ich hör was piepen, ich hör was piepen. Ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wo. Alter. Das ist gar nicht in die Luft geflogen. Mittendrin. Ich hab mitgedacht. Aua. Geiler Engine. Komm her, ich hol dich jetzt. Ich war übrigens Traitor und ich hab die Bombe echt nicht gesehen. Hast du gesehen, Holly? Du hast einen Headshot gegeben und Blut ist gespritzt. Nichts ist passiert. Wo war die Bombe denn? Die Lok hier mitten im grünen. Ah ja, im grünen Gras. Ah, stimmt. Alter. Wie krass. Wir sollten das Gras verbieten. Ja, aber ich hab die nicht mal gesehen. Ich hab nur die Bombe gehört die ganze Zeit, aber nie gesehen. Ich dachte, du wirst die da so locken. Für dieses C4 wird auch vom Gras überdeckt. Kann sogar sein. Ich weiß es nicht. Ich hab's auch gar nicht gesehen. 5 cm neben der Bombe, ich hab die nicht gehört. Sehr geil. Ich stell mir einfach einen Traitor alte vor, wo du Gras pflanzt. Genau. Dann holst du den für einen Punkt Gras und für einen Punkt eine Bombe. Dann legst du die Bombe und dann mal drüber Gras. Und desto Gras über die Sache wächst. Ja. Oh. Oh.